Musik Ich bin Pflegefachkraft und Ausbilder und ich freue mich immer neue und interessante Sachen hier kennenzulernen und vor allem auch innovative und Digitalisierungsthemen sind für mich wirklich sehr wichtig. Die Vielfalt auch mal zu sehen, was die Kollegen aus dem gleichen Bereich so machen und da einfach ins Gespräch zu kommen und einfach mal zu sehen, wie es den anderen geht und andere Strömungen mal mitzubekommen. Es ist spannend. Die Vorträge sind gut. Ich habe auch gesehen, da gibt es Kurzvorträge, die sind auch gut. Da würde ich gerne nächstes Jahr mitnehmen. Und das andere ist, man schaut sich einfach an, was es gibt. Man sammelt Ideen und man darf sich sowas auch mal gönnen, so einen Tag dazwischendrin. Musik 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 Musik